Hey Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, die Woche war ich Montagsfrüh shoppen, ich war auf einem Geburtstag, ich war mit den Mädels unterwegs, ich war und und und. Ich zeige euch auf jeden Fall hier alle Ausschnitte, was die Woche so passiert ist. Sorry nochmal dafür, dass es hochkant ist, ich gelobe Besserung, aber wie gesagt, ich bin noch so richtig in dem Insta-Game drin. Und vergesse deswegen immer Horizontal zu filmen, aber ab nächster Woche wird es hoffentlich besser, weil morgen, also heute ist Sonntag, der 8.9. Genau, ich schneide gerade das Video, was dann die Tage online kommt und ja, vorgestern haben wir Urlaub gebucht. Morgen Abend geht's los und da versuche ich wirklich dann, euch für den Vlog so mitzunehmen und nicht nur für Insta. Drückt. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, in Nieder-San-Francisco, in terresten Ziels. Ich war noch niemals in den Himmel, Sternen-Himmel. Du siehst in den Himmel, Sternen-Himmel, Sternen-Himmel. Du siehst in den Himmel, Sternen-Himmel, Sternen-Himmel. Und du siehst in den Himmel, Sternen-Himmel, Sternen-Himmel. über May und Hawaii. Deine Liebe ist ein Schiff, deine Freunde sind die Sterne. Und für ihnen bist du treu, ein Leben lang. Sieben, Wind und Webel, rufe dich hinaus. Deine Heirat ist das Meer, deine Freunde sind die Sterne. Über wir und zahlen, über May und Hawaii. Hey Lieben, ich habe mich ja gestern Abend nicht mehr gemeldet. Es war ein mega schönes Sommerfest, die Musik. War ganz okay. Aber die Bedienung war leider ein bisschen langsam. Aber ich glaube, dir war das einfach nicht gewöhnt, so viele Gäste da. Deswegen aber nee, hat Spaß gemacht. Und ich glaube, um 9 Uhr oder so war ich ja auch zu Hause. Und jetzt heißt es erst wieder ein bisschen ruhiger. Aber ich war jetzt auch schon duschen, weil ich mich in der Stunde circa mit den Mädels treffe. Da fahren wir wieder nach Navita. So eine, ja, so ein Stadtstrand mäßig. Ich weiß nicht, ob das euch das sagt. So ein Beachbar mäßig. Und da kannst du auch Shisha rauchen. Und so ist eigentlich mega schön gemacht. Deswegen, genau, da war ich letztens schon mal mit einer Freundin. Ich glaube, das hatte ich euch auch gezeigt. Genau, und da fahren wir gleich ein. Hallo, der deutsche Sommer, ne? Einfach witzig. Gestern mit Jeans rumgelaufen, heute wieder Kleid. Und morgen packe ich dann die Wintersachen aus? Oder wie sieht das hier so langsam aus? Also man weiß echt nicht mehr, was man anziehen soll. Naja, ich fahre jetzt mal los. Ich hole nämlich meine Großgesinne und meinen Großgesin von der Schule ab. Die kommen nämlich jetzt donnerstags zu uns. Genau, in der Zeit kommt dann die Mama auch nach Hause. Und ich hoffe, sie kocht dann, weil die zwei haben dann bestimmt Hunger. Und ich habe dann bestimmt gleich auch Hunger. Genau, dann mal schauen. Ab sechs, glaube ich, gehen bei mir heute auch schon die Calls los. Ja, aber dann machen wir mit denen zweimal Hausaufgaben zusammen. Und ja, keine Ahnung, was noch und wann die auch abgeholt werden. Weil heute ist das erste Mal. Mal schauen, wie sich das jetzt einpennt. Da ist ja eine wilde Mama wie Blumen. Ich genieße die Aussicht. So, ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Ja, freitags ist nicht mehr viel passiert. Ich hatte nur noch Calls und bin dann in der Nacht noch abends mit meinem Dad, meine Großeltern, zum Blue-Karfen gefahren. Genau, weil ich gesagt habe, weil wir sind um Viertel vor eins in der Nacht los und um drei waren wir zu Hause. Das muss er ja nicht alleine machen. Also ganz im Ernst, abends alleine über die Autobahn. Da ist man müde und so. Deswegen, ich sage, ich komme mit. Und ja, samstags war ich dann noch unterwegs und abends mit meiner Familie bei meinem Cousin im Garten. Da haben wir einfach nochmal so den letzten Sommertag ausklingen lassen und haben gegrillt und sowas, genau. Deswegen, ja, und heute war ich eigentlich nur kurz noch mein Auto abholen und war dann zu Hause. Also es ist auch nichts Spannendes passiert, genau. Aber wie ich schon beim Intro gesagt, ab morgen beginnen ja dann die Urlaubsvorbereitungen und da versuche ich euch dann auch nochmal mehr mitzunehmen, auch in einer anderen Perspektive. Und ja, ich freue mich. Auf jeden Fall jetzt noch danke fürs Zuschauen und wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst ein Abo gerne da und ja, dann dürft ihr euch beim nächsten Vlog auf Italienvibes einstellen, weil für uns geht es an den Gardasee.